Ist es denn schlau, vielleicht eine Mine zu werfen? Oder Molotow? Molotow brennt wahrscheinlich auch nicht. Oh, man kann ja tauchen. Oh, man! Enemies close! Coverage fire! Hau! Die cover! Warte! Das war gerade eine Herausforderung. Okay, der Crossbow ist zwar nice, aber... Damit kommen wir bei diesem Gegner nicht mehr weit. Was ist der dritte? Keiner noch. Das hat natürlich wieder niemand gehört. Shit, low on ammo. Ich muss kurz zurück. Ich muss wissen, wo der dritte ist. Und wo der dritte war. Okay, da ist der Crossbow. Ich sehe das nichts. Da liegt einer! Da liegt einer! Ich habe keine Ahnung, wo der dritte war. Scott! Do you copy? Seven! Do you read me? Scott! He's reading the silence! Nee, der kopie ich nicht mehr. Sorry, lad. Ich denke mir, hauplos ein Molotow bringt mich in ihre Halt. Doch nicht wirklich viel. Danke. Ich weiß, was das passiert. Ich weiß, was das passiert. Was ist der Kier hier? Du hast die Kier hier? Nein. Gut. Du bist auf dem Weg. Du kommst weiter. Du kommst weiter. Hier ist der Kier. Ich versuchte die Kier. Ich versuchte die Kier. Ich versuchte die Kier. Koffie in front of the church. To secure a vehicle for expo. Roger that. Gib'em hell, Johnny. We're almost there. Seek and you shall find. Alter. Die Metzeln hier halt alles runter. Ich wusste es. Wir brauchen irgendwann mit rein. Hau. Idel. Alter, hab ich mir so narrow. Hau. 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 Oh shit! Come in, no! Was ist das? Wurde ich ne Mine werfen? Nein! Nein! Komm nur her! Du bist so schwer! Oder vielleicht auch ich! Mal schauen! Kommt er? Ist dir das rote Licht zumindest? Ja komm her! Natürlich nicht! Und das macht Ghost für mich gar nichts! Ich bin drin! Ich bin drin! Ich bin drin! Ich bin drin! Ist jetzt doof Wieso macht Ghost da nichts Ghost könnte mich durch den Arsch retten Ich hab bloß ne Shotgun Das macht absolut nix Ich hab bloß ne Ich hab bloß ne Ich hab bloß ne Ich hab bloß ne Jetzt Ja nice Ich komm hier nie raus Ich hab bloß ne Ich hab hier ein bisschen Cheaten dass ich selber nicht explodieren kann Ich hab bloß ne Ich hab bloß ne Ich hab bloß ne Junge, Junge, ich brauche einfach für eine Mission mega lange, weil ich so schlecht bin. Ich kann mit ihnen arbeiten. Ich glaube die Molotows sind ein bisschen besser hier. Hier gibt es auch nasty Minen. Ich nehme das. Ja. 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 Ich bin überlassen die Strassen gepflastert von Leichen. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Good find. Schätzbar fast, dass das hier anders geplant wird. Weil wir hier jetzt einfach durchlaufen können, ohne dass irgendwie was passiert. Ich gehe ausfuhlen. Es war definitiv anders geplant. Dass ich es jetzt hier mache. Junge. Das ist traurig. Der beste Witz hat nicht. Die ganze City ist sozusagen dead. Ich glaube, dort gibt es hier echt nichts mehr. Ich meine, ich könnte hier noch in jeden Laden gehen und alles durchschauen, aber bringt glaube ich nichts mehr. Das sieht so aus, als ob es sowieso alle gewesen wären. Und ab zur Kirche. Und hoffen, dass Ghost noch lebt. Oh, fuck man, Ghost. Schon wieder habe ich abgeschossen. Okay. Gut. Ich würde sagen, was wir hier sind und wir sind. Wir werden mit mehr. Guten Tag, mich auf geht. Ich sehe ihn. Das ist wie das. Super, wütend sind. Das ist einmal für ein paar Sekunden. Shit, schon wieder auf Ghost geschossen. Okay, Ghost. Nach dir. So, pick up truck ahead. Lights off. See it. I'll drive, Johnny. Take shotgun. All right, Johnny. You made it. We made it, LT. Hold fast. That's one way of doing it. Get back. Thanks. Drive. Come for us. That's it.